Auf den Schoß-Megger, wo fahre ich sicher nicht ich. Wir hauen mal den ersten Gang rein hier. Ihr wisst ja, das ist wie auf dem Spielplatz. Wenn man schaukelt, dann muss man immer so ein bisschen mit den Beinen strumpeln. Wenn man come around, she's all over you. I know you want it. Was easy to see. And in the back of the night. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Ich gehe mal an euch. Und ich glaube, es ist wie auf dem Spielplatz. Oh! Aber jetzt legst du ruhig. Das tut schon gut. Das ist so gut für die Stimme. Wenn ihr irgendwann 18 seid, dann hört euch alle die an. So, wie sieht hier aus? Können wir eine? Da ist noch ein bisschen Stimme da, was? Aber dann machen wir mal. Brauchen wir mal gut festleiten, ne? Denn ihr wisst ja, mein Motto, wer sich übergeben muss, einfach rauslassen. Haben die anderen Auffass davon. Aber besser ist, dass du in den Kurven lasst. Die fließt, was da muss. So, wir können jetzt aufhören zu schweinen. Wir setzen uns aufhören. Wir setzen uns aufhören. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Super! Das ist so schlimm. Heute ist jetzt noch eine Runde. Also raus, noch rein. Tun Sie ruhig. Schocken auf! Schocken auf!